Kapitel 25 Anna Greenwich Pérez Dienstag, 6. Januar 1540 Nun ist es vollbracht. Ich bin Königin von England. Ich bin eine Ehefrau. Ich sitze zur Rechten meines Ehemannes, des Königs, auf dem Hochzeitsbankett und lächle, so dass jeder, die edlen Damen und Herren an den Tischen und die einfachen Leute auf der Galerie sehen können, dass ich froh bin, ihre Königin zu sein und dass ich eine gute Königin mit einer frohgemute Ehefrau sein werde. Erzbischof Cromer traut uns nach den Ritten der heiligen katholischen Kirche Englands und deshalb schlägt mir ein wenig das Gewissen. Auf diese Art bringe ich das Land nicht zur reformierten Bekenntnis näher, wie ich es Bruder und Mutter versprochen hatte. Mein Berater, Graf Oberstein, steht neben meinem Stuhl und als eine Pause eintritt, sage ich leise zu ihm, ich hoffe, er und die Adeligen aus Greve seien nicht enttäuscht von mir, weil ich dem König nicht den Reformen zuführen konnte. Er erwidert, dass es mir erlaubt sein wird, auf die Art zu beten, die ich wünsche, aber im Stillen und dass der König gewiss nicht an seinem Hochzeitstag mit theologischen Spitzfindigkeiten belästigt werden wolle. Er sagt, der König scheint an der Kirche festhalten zu wollen, die er geschaffen hat, in ihren Grundzügen katholisch, aber unter Ablehnung des päpstlichen Führungsspruches. Der König ist ebenso ein Feind von Reformern wie von glühenden Papisten. Aber sicher hätten wir doch einen Text finden können, der uns beiden genehm gewesen wäre, sage ich ein wenig ratlos. Meinem Bruder war es äußerst wichtig, dass ich die Reformation der Kirche von England unterstütze. Er zieht ein Gesicht. Die hessige Kirchenreform verläuft nicht, wie wir es gewöhnt sind, sagt er, und seine zusammengepressten Lippen verraten mir, dass er nicht mehr sagen will. Auf jeden Fall scheint es ein gewinnbringender Vorgang gewesen zu sein, taste ich mich zackhaft vor. Ich denke dabei an die prächtigen Adelsitze, auf denen wir auf unserem Weg von der Küste Station machten. Es war deutlich zu erkennen, dass diese frühere Klöster oder Absteien gewesen waren. Nun hatte man die Heilkräutergärten umgegraben und stattdessen Blumen gesät, und die Äcker, die vor dem Hungrigen speisten, waren in Jagdgründe umgewandelt worden. Als wir noch in der Heimat warnten, glaubten wir, es wäre ein göttliches Werk, sagte er kurz angebunden. Wir wussten noch nicht, dass es im Blut getränkt war. Ich kann nicht glauben, dass das Niederreißen von Heiligtümern, vor denen das Volk zu beten pflegt, die Menschen Gott näher bringt, sage ich. Und was ist dabei zu gewinnen, wenn man ihnen verbietet, Kerzen für die Verstorbenen anzuzünden? Sowohl irdischer als auch geistlicher Profit, erwidert er. Der Zehnte wurde von dem Volk ja nicht erlassen, sondern wird jetzt an den König entrichtet. Aber wir können uns nicht anmaßen, über die Art des Gebietes in England zu urteilen. Mein Bruder, euer Bruder, hätte besser daran getan, seine Papiere in Ordnung zu halten, sagte er im plötzlich aufweilenden Zorn. Was? Er hätte den Brief schicken sollen, der euch von eurem Verlöbnis mit dem Sohn des lotharinischen Herzogs entbindet. Das wirkt doch gar nicht so schwer, oder? Frage ich. Der König hat mir noch kein Wort davon gesagt. Wir mussten schwören, dass wir von der Existenz des Schreibens wussten. Und dann mussten wir schwören, dass es binnen drei Monaten nachgesendet wird. Und dann mussten wir schwören, solange als Geiseln dafür herzuhalten. Wenn euer Bruder das Dokument nicht findet und herschickt, dann möge Gott uns beistehen. Ich bin entsetzt. Sie können euch doch nicht im Austausch gegen das Dokument festhalten. Sie können doch nicht wirklich an ein Hindernis für diese Ehe glauben. Er schüttelt den Kopf. Sie wissen ganz genau, dass ihr frei seid und dass die Ehe gültig ist. Aber aus Gründen, die nur ihnen selbst bekannt sind, erlauben sie sich, Zweifel zu hegen. Und da euer Bruder vergaß, das Dokument mitzugeben, hat er im Zweifel Nahrung gegeben. Und wir stehen furchtbar blamiert da. Ich schlage die Augen nieder. Meines Bruders Gräu gegen mich schadet seinem eigenen Interessen, den Interessen seines Landes, ja sogar seines Glaubens. Ich spüre auffallenden Zorn, weil er meine Ehe durch seine Eifersucht und seine Rachesucht aufs Spiel setzt. Er ist ein Narr, ein boshafter Narr. Er ist nachlässig, versuche ich abzuwiegeln, höre aber das Zittern in meiner Stimme. Mit diesem König kann man aber nicht nachlässig umgehen, warnt der Graf. Ich nicke, denn mir ist die schweigende Präsenz zu meiner Linken überaus bewusst. Der König versteht kein Deutsch, aber ich will nicht, dass er mir meine Sorgen ansieht. Ich bin sicher, alles wird sich zum Besten fügen, sage ich daher lächeln. Und der Graf verneigt sich und zieht sich zurück. Das Bankett wird aufgehoben und der Erzbischof erhebt sich. Meine Berater haben mich auf diesen Augenblick vorbereitet und als der König aufsteht, weiß ich, dass ich mich anschließen muss. Wir folgen, mein Lord Cramer, zum großen Schlafgemach des Königs und bleiben in der Tür stehen, während der Erzbischof um das Bett schreitet, das Rauchfass schwingt und das Bett mit Weihwasser besprenkelt. Das kommt mir wirklich abergläubisch und sehr fremdländisch vor. Ich weiß nicht, was meine Mutter dazu sagen würde, aber es würde ihr ganz bestimmt nicht gefallen. Dann schließt der Erzbischof die Augen und beginnt zu beten. Graf Oberstein steht neben mir und übersetzt. Er betet, dass ihr beide gut schlafen mögt und nicht von dämonischen Träumen geplagt werdet. Ich bemühe mich, ein frommes Gesicht zu machen, aber es fällt mir schwer, nicht herauszuplatzen. Das sind also die Menschen, die Heiligtümer zerstörten, vor denen die Gläubigen um Wunder beteten und nun beten sie selbst um Schutz gegen Dämonen und schlechte Träume? Was für einen Sinn soll das haben? Er betet, dass ihr nicht unter Unfruchtbarkeit leiden möget und der König nicht unter Impotenz. Er betet, dass die Macht Satans weder euch entfraue noch den König entmanne. Amen, sage ich gehorsam, als könnte ich diesen Unsinn glauben. Dann lasse ich mich von den Hofdamen mein eigenes Gemach führen, wo ich mein Nachthemd anlege. Als ich zurückkomme, steht der König mit seinen Höflingen am großen Bett und der Erzbischof leiert immer noch Gebete. Der König trägt jetzt ebenfalls ein Nachthemd mit einem großen, schönen pelzbesatzten Umhang auf den Schultern. Er hat seine Hose abgelegt und ich sehe den monströsen Verband an seinem Bein, der die offene Wunde bedeckt. Er ist zum Glück frisch und sauber, aber dennoch dringt der Geruch der Wunde hindurch und mischt sich auf üble Weise mit dem Duft des Weihrauchs. Während wir uns umzogen, muss wohl ununterbrochen weiter gebetet worden sein. Man sollte also annehmen, dass wir inzwischen vor jeder Art dämonischer Träume und Impotenz gefeit sein dürften. Meine Damen treten vor und nehmen mir den Umhang von den Schultern. Nun trage ich vor dem ganzen Hof lediglich mein Nachthemd und bin so gedemütigt und verlegen, dass ich mich fast nach Kleve zurücksehne. Rasch hebt Lady Rochford die Bettdecke, um mich vor den neugierigen Blicken abzuschirmen. Ich stüpfe hinein und setze mich aufrecht hin mit dem Rücken gegen die Kissen. Auf der anderen Seite des Bettes kniet ein junger Mann namens Thomas' Körper bernieder, damit Henry sich auf seine Schultern stützen kann, während ein anderer Mann den Ellbogen des Königs fasst und ihn nach oben drückt. König Henry grunzt wie ein Greis, während er sich auf das Bett hieft. Die Matratze senkt sich unter seinem Gewicht und ich zapple wie ein Fisch und halte mich an meiner Seite fest, um mir nicht entgegenzurollen. Der Erzbischof hebt die Hände, um uns ein letztes Mal zu segnen, während ich starrgerade ausschaue. Ich sehe Kevin Horvarts leuchtendes Gesicht. Sie hält ihre zusammengepressten Hände vor die Lippen, als bete sie fromm, aber ich sehe deutlich, dass sie vor unterdrücktem Lachen kaum an sich halten kann. Ich tue so, als hätte ich es nicht bemerkt, damit sie mich nicht ansteckt. Und als die Erzbischof das Gebet beendet, sage ich gehorsam, Amen. Dann gehen sie endlich, Gott sei Dank. Nichts deutet darauf hin, dass auch der Vollzug der Ehe unter Zeugen stattfinden muss. Ich weiß aber, dass sie am Morgen die Laken sehen wollen, um zu wissen, dass er stattgefunden hat. Das gehört zu einer königlichen Ehe dazu. Das sind die Pflichten, einen Mann zu heiraten, der dein Vater sein könnte und den du kaum kennst. die Pflichten, die Pflichten, der Pflichten.